Ein wunderbarer Tag hier wieder mal in Australien und heute nur mit der Assyrna Krabams, allen mit dem richtig dicken fetten Ballermann. Vielleicht sehen wir noch ein paar von den dicken fetten Kühen die hier rumrennen oder von den Krokodilen. Also heute komplett auf große Brocken unterwegs. Ballermann ist eingepackt, habe ich alles. 150 Schuss, läuft Stufe 7 bis 9. Heute nur die dicken Brocken. Tripod ist auch mit dabei, Lockmittel brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich gar nichts, ich brauche nur einen fetten Ballermann und damit lüb das hier. Also Augen offen halten, schön die Area abscannen und dann machen wir uns hier auf die Socken, so ein bisschen hier leicht durch die Berge. Hier natürlich immer gucken was so geht und ansonsten gleich ab an die Küste. Hier unten in dem Bereich, hier war ich natürlich schon ein, zwei Mal und hier scheppert es natürlich mit den Salzwasserkrokodilen. Salzwasserkrokodil, Banteng, also das sind hier die Tiere, die wir heute haben wollen. Zack, na guck, Banteng Bedürfnisgebiet, 7 Uhr bis 10 Uhr. Was sagt die Zeit? Oh, wir haben 11 Uhr, knapp um eine Stunde verpasst. Aber vielleicht rennen sie ja noch hier irgendwo. Halt, war da was? Krokodile, Salzwasserkrokodile, Banteng, irgendwas im Angebot. Ich glaube hier gerade in der Area noch nicht, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Strecke vor mir. Also ein bisschen was kann ich hier noch absuchen und ich versuche natürlich auch hier jetzt wieder nicht zu viel Scheuchwirkung zu haben, trotz des dicken fetten Ballermanns. Deswegen eben auch den Tripod wieder dabei. Ich mag das Teil, auch wenn das so ein bisschen nervig ist mit dem Auf- und Abbauen immer wieder. Aber es ist auch immer wieder ganz cool, weil man damit einfach den Jagddruck reduzieren kann. Und das... Oh, ich dachte gerade da hinten. Ist eine Gang. Ne, ist einfach nur eine Gang von Büschen. Ah, die Bantengs. Das wär's. Ja, am Wasser, links bzw. links vom Wasser in den Bergen, da lungern die auch viel rum. Da waren auch schon die ersten guten Abschüsse dabei. Oha, Schwarzbrust Wachtel. Ja gut, das ist natürlich anders wild. Das werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Vielleicht am besten mit Schrot oder so aus der Luft. Auch hier 7 Uhr bis 10 Uhr. Aber da haben wir schon mal den Spot, das Bedürfnisgebiet. Und jetzt brauchen wir die dicken Brocken. Ich hoffe jetzt hier gleich hinter der Kuppe, hinter dem nächsten Berg hier, dass wir dann schön ins Tal gucken können. Und dann unten schon mal zumindest die ersten Krokus sehen. So, und nicht gleichzeitig verscheuchen. Ich bin sehr gespannt. Hoffentlich irgendwas, was Spannendes, was Seltenes vielleicht sogar. Salzwasser, Krokodil, Albino. Banteng. Yeah Baby. Fast im Mief. Fast im Mief. Und da haben wir die Küste. Way. Yo, ab gehtet. Da. Schild in der Sonne pennt. Aufpassen, dass wir hier nicht gefressen werden von irgendeinem Kroko, was direkt am Rand ist. Und dann erstmal vorsichtig die Area scannt. Ich würde ja fast schon hier was aufschlagen, mal eben. Um weit genug gucken zu können. Aber nachher verscheuche ich auch schon was, ne? 150 Meter Scheuchwirkung quasi. Der Wind geht in die Richtung. Das heißt, ich renne gleich natürlich nach oben. Aber hierhin nochmal eben kurz abscannen. Den Wasser, den Wasserbereich hier nochmal scannen. Ha, 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 ha. Ja, anderer Bereich. Hier wurde ich schon mal angegriffen. Da gibt es, glaube ich, auch ein Clip zu in den Shorts. Da wurde ich hier quasi angegriffen. Da vorne war das. Ja, hier in der Area war das. Gucke ich gerade genau hin. Mein erster Aufenthalt in diesem Bereich hier. Und da wirst du auch noch direkt angegriffen. Schlimm das. Was haben wir denn hier? Schon mal aufdecken. Jawohl. Band hängen zwischen 10 und 14 Uhr. Die habe ich wahrscheinlich verscheucht. Wobei ich, ich muss sagen, ich lasse mich natürlich auch gerne angreifen. Das macht das Ganze natürlich angenehmer, ne? Ne, nix zu sehen. Weit und breit nichts zu sehen. Nur der Hund vor mir. Und Hund. Platz, komm. Und ansonsten nichts. Also. Oh, doch da. Fünfer, Mittel, Salzwasser, Krokodil. Okay, aber nur ein Fünfer. So special ist das hier. Ist das nicht. Einser da hinten nochmal. So special ist das nicht. Okay, so weit, so gut. Also, ich mache mich jetzt auf die Socken. Ab in den Norden. Halte jetzt natürlich schön das Wasser im Blick. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar stattliche Krokodile finden. Zack, einen Siebener. Na guck. Und einen Sechser direkt hinterher. Das ist doch jetzt nicht so verkehrt. Wie kriegen wir die denn jetzt hier am blödsten? Wie bekomme ich denn jetzt am einfachsten die beiden? Also zum einen haben wir hier natürlich jetzt 250 Meter und hier vorne ein wachsames Weibchen. Ich hoffe, das haut gleich ab hier einfach und greift mich nicht an. Alter. Ey, hau ab. Komm doch nicht näher. Geh doch weg lieber. Ich bin gefährlich. Ja, so. Überlege mal, du hast noch einen Stock in der Hand und willst dich dagegen verteidigen. Was für ein Urgetüm. Und dann kannst du dir mit dem Stock auf den Kopf hauen oder was. So. Ja, schwimm schnell weg. Mh, Feini. Die ist, die geht doch. Sind wir doch beide zufrieden mit. So. Aber die Dudes hier, ne? Da wäre ich auch sehr zufrieden mit. Sechser und Siebener. Ich gehe es noch näher dran und versuche dann gleich schön auf... Oh, noch ein Vierer. Schön mit dem Tripod von oben so schön runter auf die drauf zu ballern. Ich hoffe, das passt. Ich wäre da sehr zufrieden, wenn das passt. So, 160 Meter und 170 Meter. Ich gehe noch mal ein bisschen schräger rüber. So. Und dann hätten wir doch jetzt von hier aus schon eine ganz gute Sicht. 160, 170, jawohl. Noch mal ein Stückchen weiter rüber. Schön von hier oben gleich, von dem Plateau. Hauptsache die Bäume sind gleich nicht im Weg. 160, 160, jawohl. Wir nähern uns langsam an. Beide auf ungefähr einem Level. Nächste, 160 und 155. Jetzt müssen wir schon fast aufpassen. Und hier ist es doch perfekt. Wenn jetzt noch der Tripod hier stehen könnte, ne? Da kann er stehen. Und da stellen wir ihn hin. So. Also, nochmal alles schön locker scannen. Wir haben alle Zeit der Welt. 160 Meter. 150 Meter. Und ich baller erstmal den hier. Und danach den. Ich weiß nicht. 150, wie das gleich klappt. Und ich glaube, ich bleibe so, ja. So und so. Okay, nochmal erwischt. Ich glaube, das war... Okay. Ah. Blump, blump. Jawohl. Doppelkill. Sehr gut. Geh doch. Ja gut, der Ballermann. Der Ballermann haut aber auch hier anders rein. Mann, 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 Mann. Ich bin gleich sehr gespannt auf die Bantangs. Ich hoffe, ich finde gleich noch ein paar Bantang, Alten. Bantang. Mh. Hört sich irgendwie an wie so leckere Reisbällchen oder sowas. Oder so Teigtaschen. Mh. Gefüllte Teigtaschen. Bantang. Mh. Da bin ich aber dabei, ey. So, wait. Da haben wir nochmal einen Vierer. Vierer, Vierer. Den wollen wir nicht. Sonst ist ja hier alles chillig, oder? Habe ich was übersehen? Nicht, dass gleich einer aus dem Wasser geschossen kommt. Und mir meine Teigtaschen wegfrisst. Wollen wir ja eher nicht. Siehste. Also man kann doch schon dann irgendwie von oben runterballern. Ins Wasser rein. Geht auch. Aber man muss halt trotzdem treffen. Gut getroffen. Beide Lungen durch. 755er. Uff. Knapp unter Gold. Aber auch schon krass, ne? Auch schon richtig krass. Tiptop. 766 Kilo. Hammer. Hahaha. Und der nächste. Oha. Versemmelt. Ne, ich habe den dreimal getroffen. Ach, das ist halt immer mies, ne? Der war auch gut getroffen bei den ersten zwei Malen eigentlich schon. Wäre Gold gewesen. Abgewertet auf Silber. 827 Kilo. Klasse 8. 7er. Okay. Ja, da müssen wir gleich nochmal dran. Aber ich hoffe, wir haben hier auch noch ein bisschen was zu erledigen. Also wir haben hier noch ein bisschen was aufzudecken. Ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt gleich hier ein bisschen hoch renne. Ja, hier so in dem Bereich. Guck mal, Banteng auch hier oben, aber sind auch schon wieder weg. Oder hier komplett nur am Wasser entlang. Mal gucken. Erstmal würde ich sagen, nehmen wir hier vorne den Vierer nochmal gerade mit. Zack. Der ist da ja schon so bereit. Und wartet quasi. Vielleicht direkt so mit zwei Schüssen. So, nochmal eben Entfernung checken. Sieht das gut aus. Perfekt. Also 150. Nochmal kurz durch den Wald gehen. Sehen wir hier oben jetzt durch den Tripod ein bisschen höher. Irgendwelche Banteng. Jetzt denke ich die ganze Zeit an diese Teigtaschen, an die gefüllten. Ich bin aber auch schon wieder nur noch am Fressen, Alten. So, komm. Zwei Schuss. Ich hoffe, da ist direkt Sensor. Und da hat noch einer gemeckert, Alter. Da hat noch einer gemeckert. Also ein bisschen aufpassen gleich beim Looten. Da treibt er schon. So, Scope runternehmen. Für den möglichen Nahkampf hier. Schnell einsammeln. Zack, jawohl. Sehr gut getroffen. Nochmal gut getroffen. Das ging ratzfatz. Schnell wieder aus dem Wasser raus hier. Und ein bisschen Abstand kriegen vom Wasser. Alter Faller. Nicht, dass wir die Nächsten sind, die hier in der Seile hängen. Warnruf, Salz, Wasser, Krokodil. Das ist doch hier am Land irgendwo. Fünfer Mittel auf 80 Meter. Du bist drauf, Alten. Du bist ja drauf. Und da liegt die doch schon, oder? Ja, perfekt. Ja, Mann. Ich habe deinen Männe weggeballert. Tut mir auch ein bisschen leid. Kommt nicht wieder vor. Wahrscheinlich. So, da ist er. Der stand hier schön im Wald. Hat wahrscheinlich gerade am Baum irgendwo gepieselt. Erster, zweiter, komplette Organe mitgenommen. Mitgenommen. Passt so. Und noch nicht ein Banteng gesehen, Alter. Ich hoffe, ich finde die noch hier. Ich habe Bock auf Banteng. Sechser schwer, wachsam, umherziehend. Ja, den lassen wir jetzt hier, oder? Es sei denn, er greift mich gleich an. Aber ich glaube eher nicht. Zack. Weg ist er. Auf 60 Meter. Oh, war da noch einer dahinter? Und weg sind sie, ne? Alter, hier sind bestimmt noch einige im Wasser. Und man kann sie einfach nicht erkennen, ey. Die mythischen, Alter, die hängen alle schon im Wasser. Und warten nur da drauf, dass ich hier vorbeirenne, ey. Da sind sie. Da sind sie, die Banteng. Alter, direkt über mir hier auch schon. Gar nicht gemerkt. Aber da hinten vor allem. Gibt es die in weiß? Wahrscheinlich gibt es die auch in weiß. Das sind die Milchkühe. Das sind die Kakaokühe. Ist ja wohl klar. Oh, da ist noch einer dazwischen. Vierer Männlicht. 250, 260 Meter. Das ist doch cool. Die nehmen wir doch mit hier. Komplett in weiß. 250 Meter. Da muss ich jetzt bloß so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht von einem Krokus gefressen werde. Ja, das ist doch cool hier. Den wollen wir haben. Vierer Banteng. Ja, das schmeckt auch schon, ey. Jetzt gleich so auf 150 Meter ran. Oder so auf 160. Ich gehe schon mal so ein bisschen in die Hocke. Und dann einen Tripod aufbauen. Und bam. So, raus mit dem Ding. Platziert ist er. Jawohl. Sag mal, mir fällt gerade ein. Weißt du, wie ich die splitten kann? Ich habe so ein Doppelstack immer dabei. Ich habe immer zwei dabei. Und ich will die ja splitten. Ich will nur einen mitschleppen. Und nicht immer zwei. Nee, da hängt der hinterm Stein. Er hängt halb hinterm Stein. 160 Meter. 150. Okay. Okay. Wir schießen hier unter die Achse. Oh mein Gott. Zum Glück ist er vorher umgefallen, ey. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte sonst ein drittes Mal geschossen in dem Moment. Ich habe gedacht, der erste ist schon daneben gegangen. Ah. Okay. Ist das ein Albino? Hör doch mal auf. Imagine, ist das ein Albino-Banteng. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdachte, habe ich irgendwie so vom Eindruck, der hatte so rote Augen, oder? Alter, hör doch mal auf. Wann hat er rote Augen? Das war so rötlich-weiß? Ist das ein Albino? Oh fuck, habe ich ihn doch dreimal getroffen. Ah. Albino-Goldfärtung-Banteng. Und nicht verschossen? Allen. Zweimal, alter, komplett die Ehre genommen. Liegend, nach dem Aufstehen, einfach nochmal komplett. Goldwertung, Albino, Banteng. Geil, Hammer. Und auch noch gut getroffen. Ist das der, vollständig, jawohl. Ist das der Hammer? Sehr, sehr, sehr cool, ey. Alter, es hat sich doch einfach mal wieder gelohnt, ne? Es hat sich doch einfach gelohnt. Guck mal, tödlicher Treffer, den anderen Banteng hier auch noch direkt erwischt. Mega gut, ey. Zack, mitgenommen, auch zweimal getroffen, ne? Ja, Magen, Darm, von hinten schräg. Alter, der Ballermann, der holzt die aber auch rein, ne? Der holzt hier aber auch rein. Ja, da muss ich doch mal eben reingucken. Da muss ich doch mal eben gucken, was wir hier so haben. So, hier haben wir die beiden, äh, Gescheckten, oder wie das heißt. In meiner Dia- und Albino-Lodge. Wo packe ich denn jetzt so ein Banteng noch hin? Der weiße Teddy. Wo habe ich denn Platz dafür? Warte mal, ich muss diesen anderen Modus haben, ne? Albino. Was war hier der Springbock? Der Truthahn, der war sogar relativ aktuell. Das war das. Rothirsche. Gescheckt, genau. Dann haben wir hier den Razorback in rosa. Maultier in wässrig. Blauer mexikanischer. Das sind, glaube ich, ja alles nur die Dias, ne? Mississippi-Alligator. Guck mal hier, Prärie-Bison. Wasserbüffel. Und dann brauche ich noch ein Banteng. Die werden halt geil, alle drei irgendwie. Gibt es dafür nicht so ein Multimount oder so? Dafür werden die halt cooler. Goldener Elch noch, auch Albino. Albino-Rosa ist auch recht aktuell. Axis in Gescheckt. Und ein Dia, jawohl. Mela. Was wir hier noch alles haben, ey. Wässrig. Orange, auch eigentlich eigenartig, ey. Leuzistisch. Rentier, was ist da noch? Kanada Gans, Braun-Hybrid, aber Dia. Dia-Dinge. Aber hier passt doch nichts mehr hin. Oder ich mache das hier weg. Wobei das passt eigentlich ganz gut hier vorne hin. Na? Das Banteng. Das könnte doch ganz gut hier vorne hingehen, ey. Noch ein Rentier, leuzistisch. Goldener Spießbork. Maultier, 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 geschäckter Elch. Alter, den habe ich auch übelst. Da weiß ich noch, wie ich den verschossen habe. Noch ein Spießbork. Beige, Gold. Wasserbüffel, Wasserbüffel, Orange. Ich weiß nicht wohin, ne? Weißwedelhirsch. Komplettzeilsieb, glaube ich. Und leuzistische. Ja, da sind wir einmal durch. Da hinten sind, glaube ich, noch ein paar andere Kekos an der Wand. Büffel und Co, ne? Ja. Mela und Orange. Aber ich weiß nicht wohin. Ich glaube, das war's. Nee, warte. Schlafzimmer, ne? Da war doch noch eine große Fläche. Ich platziere den einfach schon mal. Hier irgendwo. Oh, verdammt, habe ich das verkehrt. Ah, hier, guck mal. Zack. Platzieren. Banteng. Männlich. Goldwertung. Albino. Trophäe platzieren. Oh, so schön chillig, ey. Was gibt's noch? Nö. Ja, ist halt so eine Kuh, ne? Was willst du aus so einer Kuh auch irgendwie Besonderes rausziehen hier? Das sieht ja schon mehr als albern aus, ey. Hier, so eine chillige Kuh. So. Die chillt einfach hier. So ein Ding ist das. Perfekt. Perfekt. Ja, nächstes Ding. Für die Albino und Dialodge. Freut mich ja doch ein bisschen. Ja, leider nicht dir, aber immerhin Gold und natürlich Albino, das reicht mir doch. Das reicht doch. So, ihr Lümmels, wenn's dir gefallen hat, wie immer, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal wieder im Livestream. Bis dahin. So, ihr Lümmels, wenn's dir gefallen hat, wie immer, Daumen hoch ist, wenn's dir gefallen hat, wie immer, Daumen hoch ist, 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 wie